Wir machen jetzt ne kurze Pause. Bis gleich. Bleiben Sie bei uns. Dranbleiben. Nach nur einem Spot geht's weiter. Zwei. Zwei. Drei Tage in nur drei Tagen. Aha. Die 3D-Woche mit drei herrlichen Schichten. Wir machen jetzt ne kurze Pause. Bis gleich. Bleiben Sie bei uns. Dranbleiben. Nach nur einem Spot geht's weiter. Und immer vor dem Essen, ne? Nicht danach. Bitte sehr. Haben Sie Schmerzmittel? Na klar, das ist doch ne Apotheke. Was für Schmerzen haben Sie denn? Ja. Kopf, Bauch, Gliedmassen? Ja, auch. Ich hätte gerne etwas gegen Weltschmerz. Als Pille, Saft oder Zäpfchen? Hm, vielleicht nicht Zäpfchen. Petra, haben wir noch die blauen Lutschtabletten? Drüben bei den Müsli-Riegeln. Danke. Also, Sie haben ja gehört. Ja. Bürgerservice-Kreis-Gesundheitsamt. Schönen guten Tag. Wir möchten gerne noch Bürgernähe operieren. Okay, was ist es? Pickel? Raucherbein? Stechender Blick? Es geht um Erfahrungen im Bereich Aggressionen. Hm, kann losgehen. Sie Waschlappen. Ich bleib ruhig. Nee, Sie sollen sagen, ob das aggressiv ist. Stark-aggressiv. Sie können mich mal. Stark-aggressiv. Alter Schleimlecker. Stark-aggressiv. Mach's dir selbst. Das ist ne Kriegserklärung. Geht nicht. Dann noch stärker aggressiv. Das stärkste ist stark-aggressiv. Du kleiner Scheißer. Blöde Sau. Stark-aggressiv. Stark-aggressiv.